Hallo liebe Leute, wir fahren gerade über den See mitten in Köln. Es geht auf nach Deutz, sind nur noch wenige Meter. Wir sind schon gespannt, wen wir gleich treffen werden. Es ist schon sehr aufgeregt. Es ist schon eine Menge los hier im Zug. Dann sagen wir mal bis später. Ja, würde ich auch mal sagen. Wir sehen uns dann gleich bei der Gamescom. Kurz bevor wir reingehen gibt es noch ein letztes Statement. Also, freut euch drauf.